Wir alle kennen das, eine wunderschöne Frau redet mit dir, aber außer ein paar kurzen einsilbigen Antworten fällt dir einfach nichts interessantes ein. Du möchtest dich mit ihr unterhalten, aber dein Gehirn kriegt einfach keinen zusammenhängenden Satz hin. Jetzt kommt ein mächtiger psychologischer Trick, denn wäre das nicht cool, wenn dir dort ein witziger oder interessanter Spruch einfallen würde? Gleich etwas wobei sie lacht oder eine Frage, die so in die Tiefe geht, dass sie dir mehr über sich erzählen kann und ihr euch so näher kommt und sie völlig von dir begeistert ist. Das soll gehen? Ja, und zwar mit der Wasserfallmethode. Die ist super einfach und hat ihm und ihm dabei geholfen, eine Freundin zu bekommen. So geht's. Du musst einfach nur sagen und warum? Ja, so verrückt das auch klingt. Denn was passiert ist, dass dein Gehirn unterbewusst den passenden Satz dazu finden wird. Du sagst nämlich nicht nur und warum. Die Wasserfallmethode besteht nämlich aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, dass du die Worte und warum aussprichst. Egal was sie gerade erzählt, auch wenn es logisch keinen Sinn macht, auf das, was sie gerade sagt, mit warum zu antworten. Und wir kommen gleich dazu, wieso das so einen coolen Effekt hat. Der zweite Teil besteht darin, dass dein Gehirn unterbewusst den Rest dieser Frage finden wird. Dazu musst du nichts tun. Dein Gehirn macht das ganz automatisch. Verstehst du? Du musst dein Gehirn überlisten, zu sprechen und nicht zu denken. Denn wenn du sagst, bevor ich anfange zu reden, brauche ich die perfekte Frage. Ich muss einfach genau wissen, was ich gleich sagen soll und es muss interessant sein. Dann blockieren wir. Das kennen wir. Unser Gehirn kriegt dann einfach nichts auf die Reihe. Der Trick ist, den ersten Schritt zu gehen und dein Gehirn so zu zwingen, dass es den Rest aus deinem Unterbewusstsein rausangelt. Ja, der Rest wird nämlich automatisch aus dir raussprudeln. Wie ein Wasserfall werden die anderen Worte einfach folgen. Garantiert. Ich mach's dir vor. Alles, was ich sage, ist jetzt live improvisiert. 100%. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Nichts ist vorbereitet. Nichts ist geskriptet. Und warum sehen deine Füße eigentlich so blau aus? Und warum warst du nicht länger im Urlaub? Und warum sollten wir zwei uns jetzt nicht küssen? Und warum findest du mich eigentlich nicht attraktiv? Und warum ist das Obst, das du isst, nicht frisch? Wie du siehst, egal was du sagst, es wird gut ankommen. Denn entweder es macht keinen Sinn und ist witzig oder du beginnst damit eine Unterhaltung, die ewig weitergehen kann. Du wirst sympathisch und vor allem authentisch rüberkommen. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Damit machst du mir eine riesige Freude. Auf diesem Kanal findest du tausend solcher Videos. Also wenn du irgendeine Frage hast, ich mach das beruflich, schreib es mir einfach im Kommentar.